Da bin ich wieder bei Clash Royale. Äh, Quatsch. Was glaube ich denn da eigentlich? Clash Royale. Ähm, Jurassic World The Game. Sorry für den Sprachfehler. Also, was haben wir heute vor? Heute haben wir wieder mal eine Kampfstufe. Und wie ihr sehen könnt, habe ich den Park, soweit man das so nennen kann, da schon mal eingerichtet. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal rein. So, schauen wir auf die Effektivität. Fleischfresser ist effektiv gegen Pflanzenfresser. Und gegen, ähm, Amphibie ist Flugsaurier. Also, dann sollten wir jetzt am besten Fleischfresser und Flugsaurier mitnehmen. Aber ich nehme noch als Absicherung meinen Trike mit, weil der ist, so, ja. Eins, zwei, drei. Und dann, ab in den Kampf. So, wir haben 45 Angriff. Und der hat was gar nicht. Er wird wechseln, ganz sicher. Nein, er bleibt an. Okay, dann ist er okay. So, ich denke mal, er hat alle noch Verteidigung. So, ja. Dann ist er down. Ähm, und ja, jetzt dürften... Oh ne, er kann uns gar nicht töten, oder? Nee, aber wir safen mal alle. So. Dann gibt er uns einen Hit. Gut, dann werden wir mal wieder alle safen. Und drei in Verteidigung. Weil dann kann er uns immer noch nicht töten. Ja, weil er hat keine gesaved. Jo, dann... Ne, ich gucke mal, ob ich ihm schon mal ein bisschen was ziehen kann. Ne, er geht wirklich voll auf Verteidigung. Okay, jetzt haben wir gewonnen. Weil unser Tropiognathus ist effektiv. Und er kann nur zwei in Verteidigung haben. Also... Sechs töten ihn auf jeden Fall. Bababusch. Damit hätten wir gewonnen. Babababa. So, ähm, ja. Ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich... Ja, erhältst Arctinosaurus. Können wir gleich mal ausprüfen. Vordergrund. Im Gegensatz zu den anderen braucht er... Ach... Okay. Mhm. 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 Folge 2. Ja, Stufenaufstieg. Ja. Okay. Neue Person kann Stufe 5 erhalten. 10.000 Gold. Dollar. Okay. Das war eigentlich ein recht guter Fonds. Nein, wir wollen nichts kaufen. Nein, danke. So, Claire ist alles in Ordnung, bla bla bla. Es geht mir gut, Barry, danke, bla bla. So. Ja. So. Höh. So, müssen wir zwei besorgen. Wir sind über 6. So, schauen wir mal auf den Gegner. Alles klar. Dann müssen wir ein bisschen drauf hinsparen. An... Tieren, sag ich jetzt mal. Weil der ist schon... Also von Anfang ist der schon ziemlich stark. Ähm... Ja. Aber das sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Aber ich denke mal, wir können jetzt noch eine... einmal die... Quest machen. Ja. So. So. 1190 SP. Mhm. Mhm. Jo. Nein. Ja. Doch. Und ich glaube noch, wir müssen einen Monopope aufsteigen lassen. So. Warte ich. Warte. Warte. So. Mhm. 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 Okay, dann... So. Und das... Okay, dann... So. und die Kampffstupe 6 alles klar jungen und mit und und mit und und um dann Dann war es das mit der Folge, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Sehen Sie gern.